Yo, Kamera läuft. Ey, mein Name ist Max. Ich komme aus Neues. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar, ich bin gerade hier auf der Gamescom und hier hinten sind ein paar lustige Leute. Und hier zieht euch mal diesen Collation rein. Erkennt ihr ihn? Achso, du filmst! Hallo! Oh, sorry. Hier noch Barbie, Rella, Barbie. Genau, mach mal so. Hier, guck mal. Sie können richtig singen. Und alle, die gedacht haben, sie kann nicht singen, ihr habt euch vertan. Und wir werden, glaube ich, demnächst einen Hit produzieren. Was wir allerdings hier gerade machen, ist, wir drehen ein Video für den Pong-Channel. YouTube.com slash Pong. Checkt das aus. Hat irgendwas mit Zocken zu tun. Checkt das auf jeden Fall aus. Wir haben alle drei Brillen gerade an. Wir sind alle im Nerdlook. Wer ist nicht verkleidet? Ja, wir sind auf jeden Fall hier am Start gerade. Und da war noch jemand am Start. Willst du noch jemanden grüßen? Hallo, ich grüße die Welt. Das geht raus zu der Welt. Okay, ich erzähle mich mal eben hier auf jeden Fall. Die Hallen sind unglaublich und es ist von voll spät abends, weil wir hier alles für uns alleine haben. Schaut es euch an. Hier vorne auch. Warte, ich zeige euch mal eben hier rüber. Kann ich euch nochmal zeigen. Hier ist nämlich der fette The Last of Us Stand. Und hier ist auch so ein geiles Auto, wo wir gleich noch drehen werden. Ja, hier und da vorne ist Warface und hier ist Pro Evolution Soccer 4. Und warte, ich zeige euch auch noch eine andere Sache, wo ihr bestimmt ein bisschen neidisch werden werdet. Ach ja. Und zwar hier normalerweise ist ja alles super voll. Wir haben das jetzt alles hier für uns quasi. Und was ihr hier sehen könnt, ist unglaublich. Und zwar hier kann man schon die original Playstation 4 spielen. Hier vorne auch. Wir können das ja einfach mal zusammen hier kurz angehen. Hier der neue Controller. Ja, unglaublich. Und hier die Konsole. Und so sieht das Ganze dann aus. Und ja. Könnt ihr euch auch ungefähr vorstellen. Wir machen einen Song. Und zwar zum Thema Gaming. Und so ein bisschen Playstation mäßig. X-Kreis, Dreieck und das Viereck. Und ja. Checkt das auf jeden Fall aus. Youtube.com slash punk. Jo, hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Max. Ich komme aus Neusser. Und ihr seid bei meinem ersten offiziellen Let's Play hier auf diesem Channel. Und zwar von dem Spiel The Last of Us. Ich chill hier auf der Gamescom und es ist mitten in der Nacht und wir drehen das Video zu Spiel deines Lebens. Der Refrain geht übrigens so. Bist du bereit für das Spiel deines Lebens? Bist du bereit dafür alles zu geben? Jetzt ist die Zeit. Und jetzt spiele ich ein bisschen hier The Last of Us. Check it out. Neues Spiel. Oh, da kommt die Barbie. Oh, da kommt der Jack. Oh, komm mal her. Ich habe angemacht. Sollen die gespeicherten Daten gespeichert werden. Ganz gleich. Keiner kriegt mich hier weg. Du zeigst allen. Und jetzt müsst ihr den Refrain singen. Refrain. Bist du bereit für das Spiel deines Lebens? Bist du bereit für alles zu geben? Jetzt ist die Zeit. Ja. Okay, zurück zu meinem Let's Play hier. Das erste Let's Play auf meinem Channel. Hammergeil hier. Ich bin schon gespannt. Ich will dich gerne unterbrechen, aber du musst leider wieder zum Set. Leider wird das nichts mit dem ersten Let's Play auf meinem Channel. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Aber jetzt geht es weiter hier. Wir spielen das nächste Mal The Last of Us. Jo, Max. Wieder hier. Immer noch bei der Gamescom. Gerade Backstage. Und jetzt endlich kann ich ein bisschen spielen hier Black Flag. Oder? Ja. Also es ist wahrscheinlich ein geiles Spiel. Leider ist viel Zeit. Hier, nimm mal den Controller in die Hand. Ich möchte das gerne mal den Leuten zeigen, dass sie hier mal sehen. Touchpad in der Mitte. Auf jeden Fall. Ja, ja. Hier ist der neue PS4 Controller. Zeig mal X-Kreis-Dreieck und das Viereck. Sehr gut. Ja, und ansonsten hat sich nicht so viel verändert, ne? Nö. Also das hier ist jetzt wohl Start und Select. Okay. Buttons gibt es nicht mehr. Und einen Share-Button gibt es hier. Es gibt einen Share-Button. Das ist, wenn du, also wenn ich jetzt beispielsweise so, oh, spiel du mal, dann drücke ich den und dann kann ich dir den geben. Ach was. Okay. Das ist ja merkwürdig. Okay, das ist jetzt hier Black Flag. Kommt übrigens erst irgendwann im Oktober raus. Oh krass, ich kann was machen. Oh. Der Sebi dreht immer am liebsten am Rad. Wie wird das hier, der Gamer-Song? Äh, wie der Gamer-Song wird? Mhm. Recht Moody Moody, mein Schnudi. Mach mal deine schönste Fratze. Die schönste? Die verrückteste. Ja, 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 great! Bist du bereit für das Spiel deines Lebens? Bist du bereit dafür alles zu geben? Jetzt ist dir die Zeit! Ja, du merkst nochmal hier, wir haben gerade halb fünf. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange noch gedreht habe, aber ich glaube, das ist ein ganz witziges, nettes, lustiges, interessantes, imposantes, fantastisches Video geworden zu dem Song. Spiel deines Lebens. Kommt jetzt übrigens am Montag raus auf YouTube.com. Und ja, ist auf jeden Fall mal ganz interessant, sich hier so eine Halle reinzuziehen. Zum Beispiel dieses Männchen. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Behind-the-Scenes-Video hier gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst noch so sehen wollt und was ihr hier in der Halle gemacht hättet. Und ob ihr euch auf die Playstation 4 freut. Und ansonsten viel Spaß. Bis dann. Gute Nacht.